Dieser Ford Cougar ist hier zum Verkauf angeboten. Der graufarbene SUV ist 5 Thürich, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 3000 km. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Einparkhilfe, Partikelfilter, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 179 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des sparsamen Diesel bei 5,2 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 30.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Bester Preis. ذ Bester Preis. Untertitelung des ZDF, 2020